Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019, dem Challenge-Projekt auf der Zwei-Stern-Map, Zwei-Stern-Hof, mit dem Mikado. Servus! Hallo! So, letztes Mal haben wir ja angefangen, also ich zumindest, die Silage platt zu fahren. Und du warst bei deinen Sonnenblumen beschäftigt, glaub ich, oder? Ja, ich geh die grad verkaufen fahren. Ich fahr die grad verkaufen fahren. So, besser. Oh je, je. Bin ich mal gespannt, ob ich da rausbekomme. Obwohl das nicht viele war, bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Ähm, wir können eigentlich hier mal... Ah! 12.000! Oh, sorry. Wir können mal anfangen, hier Feld 1 zu ernten, weil... Ernte Reife 3, wie wir wollten, ist ja erreicht. 12.000 hast du dafür gekriegt? Ja. Ist wirklich nichts. Für die Mühe wahrscheinlich. Strohablage ausschalten die es an, also dann... Da könnte ich mir heute hier diesen Spirit Air kaufen. Was für ein Teil? Ah, den Spirit Air, die Sehmaschine. Spirit Air 3.500... äh, 3.500. Ah. Oder vielleicht bei den Gruppern. Ey, da macht das sogar mehr Sinn. Ne, warte mal. Ach, die sind ja... Ne, okay. Entschuldigung. Also ich würde dir auf jeden Fall zu einer Direktsaatmaschine raten, auch wenn ich dein Gegner bin. Ja, das... das mache ich dir ja selbst... äh, würde ich dir selbst sagen. Die hier macht aber auch keinen Sinn, okay. Ne. Ich lasse diese Vorschläge. Ja, warte mal, konnte man nicht die irgendeine... 100%, 100% Silage. Für dich das. Ach, hier? Ne. Wo ist, äh... was war denn das? Die Maschine bietet zudem... Den hier auch noch. Ja, aber da kann man auch... Zumindest... Äh, wir gehen mal grad hier die Silo abdecken. Tak, tak. Was sagt unsere Wolle? Die kann sprechen. 121 Liter. Wer will sprechen? Die Wolle kann sprechen. Naja, nicht richtig, aber... sie ist auf nem guten Weg. So, wir fangen hier auch gleich an. Wir werden natürlich... Die ist noch voll dabei. Ach so, na gut. Dann wünsche ich der Wolle immer viel Glück. Naja. Wir fangen hier an, das Stroh abzutransportieren. Ähm, ich hab noch ne Frage und zwar... Oh lol, was ist denn das da unten? Ist ja meine Anzeige komplett verbuggt. Naja, ich wollte fragen... Ich hab das schon wieder vergessen. Und zwar wegen diesen... Äh, Missionen. Ja. Haben wir die komplett weggelassen oder... Dürften wir welche machen? Hm, eigentlich hatten wir gesagt, dass wir die weglassen. Okay. Ja, und ich wollte nur nochmal nachfragen, weil ich hatte das irgendwie schon wieder vergessen. Ja. Ist das nur... Ich denke, Missionen können dann die... Die Helfer... Also das Lohnunternehmen kann ruhig Missionen machen. Aber ich denke für uns... Ah, ich glaube das wird uns auch zu viel Geld bringen dann. Hm, nicht unbedingt, aber dann vernachlässigen wir ja unsere eigenen Höfe wahrscheinlich irgendwie. Ah. So, ich bin mal gespannt, wie viel Stroh und Weizen ich hier rauskriege. Das müsste eigentlich... Also zwei Reihen Stroh... Und der halbe Anhänger ist voll. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wir müssen endlich mal ein bisschen Plus machen. Sonst haben wir bald ein Problem. So. Ey, der hat drei Reihen gefahren und 80% voll. Was kriegt man im Moment für Weizen? 1016. Viel ist es nicht, aber besser wie nix. Na? Wir könnten hier aber schon so 60.000, 70.000 rausholen. Aber jetzt übertreibt man nicht hier. Ich sag mal an, dass ich hier 60... Sag mal... Oh, verdammt. Ähm... Okay, ich sag mal an, 50.000 werden es. 50.000, meinst du? Ja. Und zwar nur das Getreide. Ohne Stroh. Wenn ich da mal nicht so hochgepuppert habe. Bin ich aber mal gespannt. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, glaube ich, schon mal, dass ich mal weniger Silage als du produzieren werde. Warum? Weil ich glaube, das klingt mir jetzt gerade nicht so viel... Ach ne, jetzt hat der Helfer aufgehört. Ach ne, voller Quantank. Äh... Nochmal, was ist mit der Silage? Ich glaube, dass du halt mehr Silage raus bekommst, weil... Wie ich jetzt gerade so hier sehe, die erste Reihe... Naja... Und ist gerade sehr viel rausgekommen. Ja, ich habe ja ziemlich viel abgeerntet, ja. Die Wiese und dann noch neben meinem Hof hinten dran. Also hier oben habe ich alles abgeerntet. Hier an der Seite... Ja... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, um den Hof rum. Ähm... Darf man eigentlich auch, äh... Irgendwie... Seine... Gebäude auch außerhalb des Hofes platzieren? Oder wollen wir die nur innerhalb des Hofes? Und was hat man davon? Ja... Keine Ahnung. Wenn man dann zum Beispiel in der Nähe eines Feldes gerne mal... Seine Fahrzeuge stehen haben will, weil man die sowieso immer da braucht. Ne, du kannst ja sowieso bloß auf deinem... Auf deinen Feldern... Zeug platzieren, von dem her. Also... Feel free. Ist das gestattet? Ja klar. Gut, dann habe ich nämlich direkt eine Idee. Ich habe ja da hinten noch eine Halle, gell? Aber die habe ich nicht gekauft, die ist einfach so in der Map drin. Was sagen wir dann? So, wir legen richtig los hier. Geht richtig was heute bei uns. Heute auch 30 Minuten. Ja, oder? Ne egal. Deine Folgen. Kommt, denke ich, gut. Da schaffen wir auch ein bisschen mehr. Also es ist ja nicht nur so, dass ich daraus einen Vorteil habe, sondern wir beide... Ja. Weil wir generell beide dann mehr Zeit haben, um was zu erledigen. So, jetzt habe ich nur ein Problem, dass unser Helfer hier so schnell aberntet, dass wir wahrscheinlich nicht schaffen, das Stroh wegzufahren. Weil der wird gleich schon wieder fast 80% haben. Ah, komm, wir probieren es. Wir probieren das Stroh an den Mann zu bringen. Wir müssen ja nicht so weit fahren. Akrillab. So. Hab ich nämlich direkt was gemacht, was mir, glaube ich, viel mehr bringt und viel weniger Zeit kostet. Sein Kniff angewandt. Ja. Das hat mir aber dann doch schon wieder 8000 gekostet. Naja, du wirst auch noch pleite gehen, ich weiß es. Ah, ich habe ja noch meinen Kredit, den ich aufnehmen kann. Hast du noch gar keinen Kredit genommen? Naja. Eieiei. Okay. Aber vielleicht haben wir ja durch unsere Kreditaufnahme das bessere Equipment. Das könnte sogar gut sein. Ich meine, ich weiß nicht, was hast du jetzt für eine Sämaschine? Äh, ich habe mir noch keine gekauft, aber ich glaube, ich kaufe mir diese, warte, jetzt müssen wir mal gucken, wie die hieß. Ähm, Spirit R 3005. Das kenne ich nicht, werde ich mir gleich mal anschauen. Das ist die zweite Sämaschine, die hat halt nur 3 Meter, aber das ist halt die günstigste, die ich mir höchstens leisten könnte. Obwohl, warte mal, die könnte ich mir grad noch nicht mal leisten. Wir fehlen 550.000, äh, 550.000 Amtsgleich. 550.000. Ja, ich bin der Meinung, das Kapital muss den Hof erwirtschaften, ja. Also ganz einfach, ohne Kapitaleinsatz kein Ertrag. Deshalb haben wir schon alles Geld ausgegeben. Und hoffentlich liege ich damit nicht falsch. Aber wir haben die erste Einnahme erzielt. 2.680 Euro oder so. Kleinvieh macht auch Mist. Ja, du hast jetzt, glaub ich, in deinem Silo hast du 100.000, hast du gesagt, ne? Äh, 126.000. Ah, 126.000. Ja, bei mir kam halt jetzt nur, sagen wir jetzt mal so um die 40.000 raus. 40.000 bis 50.000. Ja, ich hab aber wie gesagt, ich hab hier ja alles mögliche um meinen Hof rum auch schon abgeerntet. Ja. So, Dresche ist auch schon wieder voll gleich. Ah, ich glaub ich lag aber etwas, etwas zu hoch gepokert mit meiner Aussage. Wir haben jetzt 2, 3, 4, 5. Ich bin mal gespannt, wie viel da rauskommt. Also um die 40.000 hätte ich schon gern. Was ist jetzt da eingepflanzt? Ich hab noch gar nichts angepflanzt. Nein, ich meine bei dem Feld. Weizen. 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 Weizen, Weizen, Weizen. Und pro Tonne gibt's 1.000. Im Moment. Im Moment hab ich 9 Tonnen abgeerntet. Gibt das nicht eher pro Liter? 2.000 Liter? Ja. Ja. Das gleiche. Ich sag immer Tonnen. Ich sag immer Tonnen. 1.000 Liter ist wahrscheinlich eher richtiger, weil... Wobei... Warum? Ähm... Ich bin mir nicht sicher. In was rechnet denn wirklich der Bauer? Also der Landwirt? Rechnet der in Liter oder Tonnen? Ich glaube auch, dass sie eher so... So beides machen, weil... Tonnen müssen die erstens rechnen. Bei manchen... Sachen müssen die ja auch nach Tonnen rechnen. Äh... Keine Ahnung. Tonnen, die in seinem... In ihrem Anhänger haben. Und die sich das verkaufen können. Bei manchen... Keine Ahnung. In Alice... Nee. Beim 17 gab's die Wagen. Beim 17, genau. Da... Da gab's doch oben auch bei der BGA gab's ja auch diese... Ähm... Ja. Die Waage meinst du? Genau. Ja, genau. Deswegen denke ich jetzt mal Liter rechnen die dann irgendwie so bei ihren... Hofsilos oder so. Und bei Tonnen rechnen die dann halt sowas... Der Preis wahrscheinlich. Ja. Bei Preis oder generell bei so Stroh oder so. Ja, das wäre wahrscheinlich... Weil ich glaube Stroh und Gras nach Liter zu rechnen... Ja, hört sich für uns komisch an. Wenn ihr es wisst, dann schreibt's mal unten rein. Genau. Schreibt alles mal, was ihr wisst über... Landwirtschaft in eure... Die Kommentare... Und warum da... Damit wir uns auch noch ein bisschen weiter bilden hier. Naja. So, aber wir kommen gut voran. Ich glaube, ein Viertel vom Feld haben wir jetzt inzwischen schon. Und wir haben 10.000 rausgehend... 40... Ah, es wird knapp. Zwischen 40.000 und 50.000 könnte ich vielleicht wirklich verdienen. Mit dem Feld hier. Plus Stroh. Gibt es hier eigentlich auch Förderbände? Ja, die gibt es hier. Ja, ja. Stimmt. Damit könnten wir die Silage dann auch transportieren. Danke für den Hinweis. Ja, okay. Aber du hast mir ja auch schon viele Hinweise gegeben, also... Ja, ich hätte dann probiert, ansonsten das mit dem Ladewagen einfach aufzusammeln. Mit dem Ladewagen? Das geht? Äh... Also bei den Schafen kann ich, äh... Kann man den Dreck mit dem Ladewagen aufsammeln. Echt? Ja. Ist aber auch noch nicht. Hast mir aber auch einen guten Tipp gegeben. Deshalb, ähm... Brauche ich im Moment... Ich brauche erst dann einen Frontlader oder sowas, wenn es darum geht, die Wolle zu verkaufen. Und vorher braucht man eigentlich keinen Ladewagen. Ja. So, Sino zudecken. Ach komm, dann lass ich das einfach schon mal. Gern. Das wird, das wird. Also... Musst du eigentlich... Ja, jetzt kann ich mir noch ein Problem. Ja, was willst du sagen? Ja, du musst auch pflügen. Ich muss gar nicht pflügen, das ist ja gut. Aber wir müssen düngen. Es wird interessant, es wird interessant. Naja, Feld 16 muss gepflügt werden. Ja. Jetzt habe ich gerade geschaut. Mein Feld muss nicht gepflügt werden, da können wir nachher einfach einen Dünger draufhauen. Wenn das jetzt das Ding ein bisschen weniger geprägt hat. Könnte sein, ja. Haben wir denn pflügen notwendig an? Pflügen ist an. Och Gott. Pflügen notwendig ist an, ey. Hab ich ja noch nie gearbeitet. Tja, dann wird es mal Zeit. Mhm. Ja, pflügen ist lästig, aber äh, muss auch gemacht werden. So, wie weit kommt der Helfer? Dann brauche ich doch den ersten Kredit. Verdammt. Ah, 10.000. So. Muss ich mir nämlich jetzt hier die Spirit R... R5... Ach, das ist ja gar keine 5. Spirit R... 300S... So heißt die. R105. Wiese Technik. Ah, die hier. Ja. Ja, da hast du noch einen Nachteil mir gegenüber. Ja, ja. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht hier für mich. Vielleicht haben wir wirklich durch den... den hohen Kapitaleinsatz am Anfang, äh, wirklich einen deutlichen Vorteil. Das kann sogar wirklich echt sein. Aber das wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Warte mal. Ich hab mir grad gesagt, der Shop ist zugestellt. Sieht das in deinen Saatpäckchen hier? Oh, äh, kannst du die dann einfach mal auf die Seite schieben? Ah, könnte ich ja machen. Ich hab zwar eine Ballengabel, aber damit könnte ich das ja auch machen. Ja, aber... Einfach mal auf die Seite aus dem Trigger raus, das reicht ja auch schon. So, ich fahr jetzt schnell den zweiten Anhänger Stroh weg. Das müsste zeitlich passen. Dass der Ladewag, äh, der Drescher nicht schon wieder voll ist. Also generell möchte ich auch mal erwähnen, dass die Map hier, die Zwei-Stern-Hof, äh, recht schön gemacht ist, ja. Eigentlich schon. Schön ländlich. Und außerdem ist sie auch nicht grad sehr groß gemacht. Aber auch nicht klein, finde ich. Ja. Also sie hat schon, äh, gute Wege, alles mögliche. Und ist nett zu spielen. Ja. Vielen Dank an die Motta. So, unsere zweite Einnahme. Ich glaub, ich hab jetzt außerdem deine Päckchen ein bisschen schief nach hinten gestellt. Ist das schlimm? Nee, völlig egal. Zeit ist Geld. Und Geld hab nur ich. Hm? Nicht. Naja. Ich hab 2450. Hä? Wie? Der Preis ist jetzt gesunken beim, beim Stroh. Sind es nur noch 108 gewesen. Oh, da muss ich nachher woanders abladen. So wie es aussieht. Der Preis in der Mühle steigt. Kann mein Stroh sich da auch noch aufsammeln? Aha. Naja. Was war was wird? Was ist denn überhaupt die Mühle? Mühle. Mühle. Ach, klar. Ist ja direkt um die Ecke wie immer bei mir. Ja, die Geschwindigkeit ist ein Problem. Eigentlich hab ich mir gedacht, hm, wäre cool, wenn ich einen Traktor hätte, der 50 fährt, aber dafür haben wir kein Geld. Ja. Wann bin ich denn hier gefahren? Wann bin ich denn hier gefahren? Voll an Feld 16 vorbei. Wann bin ich denn hier gefahren? Dafür haben wir einen leistungsstarken Traktor. Na, den hab ich auch. Wie viel PS hast du? Wie viel PS hast du? Also welchen hast du? Äh, ich hab den, äh, Case 7210 Pro. Ah, also auch 261 PS. Also. 261 PS. 200. Müsste der haben, oder? Ich hab nur 150. Ich glaub das liegt daran, dass du den konfiguriert hast. Genau, ich hab den auf volle Kanone. Volle Lotte hab ich den gemacht. Und dadurch konnte ich... Die Verhabe durch ein, äh, Gag blockiert. Und durch diese Modifikation konnte ich mir eben auch eine ordentliche Sämmaschine leisten. Naja, die konntest du dir eher gesagt 0-ladig leisten, dass du dir hier einen kleinen Kredit... Ja, also komm, ihr, äh... Die Bank... Wollen die mich verarschen? Doch hier nicht mehr. Jetzt hier. Jetzt geht's. Die Bank hat dem zugestimmt, dass ich hier mal ordentlich investiere. So. Es hat auf jeden Fall gereicht, ähm... Das Stroh locker wegzubringen. Und den Drescher nicht stehen zu haben. Das ist schon mal gut. Dadurch haben wir gleich die Hälfte vom Feld abgeerntet. Hm. Hm, hm, hm. Muss das immer noch gepflügt werden? 16? Ja. Hast du gepflügt? Ach, nee. Ah, okay. Helfer. Ich lass grad den Helfer pflügen, deswegen. Ach so. Ach, ich find das voll cool mit diesen, ähm... Wie heißt die noch? Hier, tiefenlockerer. Mhm. Was? Damit kann ich irgendwie viel besser umgehen als mit den anderen, da... Ist auch nicht. Okay. Ja, mit pflügen geht schon. Je nachdem. Ja, ich glaub, da sind sogar Flügel, äh, teurer. Weil hier hat... Hast man einen mit zwei Meter. Und der kostet 13.000. Und hier bei nem tiefenlockerer. Der erste hier, der hat drei Meter und kostet 7.000. Ja. Ja, dann muss ich mir das auch mal angucken hier. Hehe. Flug hab ich noch gar nicht. Ach so, warte. Ja, Flug braucht man ja auch nicht unbedingt, oder? Ne, da wollte ich dann sowieso dann eigentlich eher mieten, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wo ist denn das, ähm... Tiefenlockerer. Vier Meter. Auch vier Meter. Ah, der kann noch was... Da kann noch... Da passt noch was anderes drin. Ich komm in den Minusbereich, glaub ich, jetzt gleich. Ich bin wieder im Plus. Ach, schön. Alter, 500 PS braucht das Teil. Wohl, ich könnte hinkommen, warte mal. 500 PS. Mein... Kann 2800. Oh, gut, dann brauch ich hier von... Eins... Zwo... Gut, ich kann mir keinen mehr leisten. Shit. Shit, shit, shit. Hab ich denn irgendwas, was ich vielleicht nicht mehr brauche? In meiner Garage. Äh, nimm deinen Traktor. Welchen Traktor meinst du? In kleinen? Egal. Irgendeinen. Äh, nee. Wenn du deinen Traktor verkaufst, kannst du nichts mehr machen, also hab ich einen Vorteil. So, dritte Ladung Stroh ist ready. Ja, doch, ich hab jetzt hier was verkauft, das... Komm. So, ich verkauf mal schnell die dritte Ladung Stroh. Äh, wir werden das Feld heute auf jeden Fall nicht fertig bekommen. Wir haben noch knappe vier Minuten. Ist das so groß? Ja, sieht so aus. Äh, über die Hälfte bin ich... Oder die Hälfte hab ich jetzt. Wir haben noch knappe vier Minuten. Das reicht, um das Stroh wegzufahren. Ein bisschen den Ladewagen zu füllen. Und dann lasst du es. Und dann lasst du es. Ich stelle doch ein Sarzenpaket. Von mir aus kannst du das gerne nehmen. Da sind noch 200 Lieder drin. Ja, ich glaub, das kann ich gar nicht nehmen. Meinst du, das kannst du gar nicht nehmen? Ich glaub nicht. Ich meine, die sind spielergebunden und dadurch geht es nicht. In der nächsten Folge fahren wir auf jeden Fall die große Ernte ein. Kann das sein, dass du Kalk notwendig aus hast? Eigentlich nicht. Irgendwie sehe ich hier kein Feld, das Kalk braucht. Nein, ist an. Ist an? Ja. Was sehe ich kein Feld, das Kalk braucht? Oh, ne, hab ich jetzt wirklich. Was uns? Du Held. Varona LB, Varona LB. Hast du nur gemacht? Ich hab jetzt mein Stroh beim Acryl LB verkauft. Da krieg ich aber weniger, krieg ich 9 Euro weniger auf dem Liter. Sehr intelligent, sehr intelligent. Wir müssen zum Mühle fahren. Nein, nein, nein. Warte mal, kann man eigentlich jetzt gerade im Moment, wenn man das abgeernst hat, kann man dann eigentlich auch düngen? Ja, ja, klar. Oh. Ja, dann werde ich erst mal düngen, bevor ich hier irgendwas anderes mache. Ich düng normal immer erst und dann fahre ich mit der Saatrückmaschine drüber. Oh, es wird aber dunkel hier. Ja. Doppelt kann man nur bekommen, indem man hier eine Sähmaschine hat, die auch direkt düngt. Düngt, wie zum Beispiel deine. Jawollo. Genau. Oder du musst halt danach nochmal mit Pflegebereifung drüber. Das ist natürlich ein bisschen ungeschickt. Mit Pflegebereifung drüber? Ja, sonst zerstörst du ja die Frucht. Du musst nochmal mit dem Düngestreuer drüber fahren dann. Ach so, ja, ja. Ja, aber ich weiß halt nicht, geht das auch mitten in der? In den Wachstumsstufen geht's. Echt? Ich dachte, du kennst dich auch so auf dem LS. Ja, kenn ich auch, aber... Ich hab halt mit Düngen, hab ich halt nicht so viel zu tun gehabt, immer. Wie, hast du Düngen auch ausgestellt gehabt? Nee, das hab ich nicht ausgestellt gehabt, aber... Ich hab das halt nicht gemacht. Fällt nur noch, dass du Ernten aus hattest. Ja, das hatte ich natürlich nicht aus. Wollen wir mit unserem Trescher los? Der fährt nochmal an, das finde ich gut. Das wär doch ein gutes Thumbnail, oder? So, hier. Zack, wenn der hier reinfährt. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Folge von dem Challenge-Projekt auf dem Zwei-Stern-Hof. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.